Immer noch Donnerstag. Meister der Flucht Taufei erhalten. 23 Uhr 43. Spielen wieder Scotch Shelby. Zurück in seiner Wohnung anscheinend. Ah, sieh an. Die leben wohl jetzt wohl auch schon zusammen. Oder was macht die hier? Oh, oh, oh. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Okay. Ähm. Der kann uns doch nicht einfach... Oh. Ähm. Der kann uns doch nicht einfach so entführen, was soll. Oh mein Gott. Oh. Wir sind nicht alleine. Das macht es nicht besser. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja traumhaft. Ähm. Na komm. Komm da raus. Oh, schluss. Verdammter Idiot. Das funktioniert nur, wenn ich die Zündung einschalte. Ach so. Okay. Hm. Das funktioniert. Ich weiß nicht, was wir hier genau machen, aber... Ich probiere einfach alles aus. Ich habe echt keinen Plan, was er gerade vorhat. Äh. 1, 2, 3. Ah. Das durchbringen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Der kommt schon. Ah. Oh shit. Oh Gott, das ist noch Pois точig. Oh shit. Whoa. PAU grounds. Lauren. Aufwachen. Lauren. Okay. Dann das Zeug aufmachen, dann muss man sie da irgendwie rauskriegen oder so. Komm schon. Noch mal. Jetzt einfach versuchen... ...aus... Hat er sie jetzt mitgenommen? Ja, okay, gut. Ich glaube, man sollte sich nicht mit reichen, komischen Leuten abgeben. Wir haben es zum Glück noch beide überlebt. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie ein. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf außer mir. Okay? Nein. Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Trophäe erhalten. Schwimmlehrer. Ja, gut. Oh, will er jetzt mit dem Auto da rein? Oh je. Oh je. Will er da jetzt echt mit der... ...Karre? Okay. Na dann. Let's go. Okay. Na dann. Let's go. Was ist denn da? Oh, jetzt gibt es Rache. Oh, nein. Oh, nein. Oh, gut. Oh, verdammt. Oh, hier. Das war die richtige Taste. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Da ist noch einer. Wie viele Sicherheitsmänner er einfach hat. Oh. Ah, fuck. Ich wurde schon immer. Oh. 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 Wie viele kann der denn noch haben? Oh. 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 Wie viele kann der denn noch haben? So. Wo ist der Gegner? Stopp! Nicht weiter! Ich schieße! Oh. 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 Blöder Wechser! Bitte. Oh. Ihr gestallter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein. Er ist uns schuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Sie scheißlügten! Raus mit der Wahrheit! Nein! Nein, bitte! Ich weiß nichts! Letzte Chance! Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Oh! Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Gordi! Gordi wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein... wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordi... Gordi ist mein... Das klingt alles so unglaubwürdig. Erzählt nicht! Was? Der Junge, das Opfer. Erzählt nicht! Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße! Du zählst gleich auch nicht mehr. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Graben? Mir... Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hat einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Oh, kann ich jetzt entscheiden? Weißt du was? Nö. Ich bin immer böse. Auf Wiedersehen. Solby! Kommen Sie! Ich empfehle es Ihnen! Kommen Sie! Was ein Massaker. Ja. Ich mag es, böse Entscheidungen zu treffen. Macht man halt sonst nie. Aber er ist halt schon echt ein widerliches, ekelhaftes Arschloch. Oh. Keine. Untertitelung des ZDF, 2020